Hallo Kinder, ich bin Carly. Ich und die Kinder der dritten Klassen und der Klasse 1a, b, c und d zeigen dir heute die Schule an der Witzlebenstraße. Bist du schon gespannt? Wir haben hier, wenn ihr kommt, 17 Klassen und 320 Kinder. Die Kinder besuchen uns von der ersten bis zur vierten Klasse und lernen schreiben, rechnen und lesen. Sie machen auch Sport und malen und singen oder spielen in den Pausen zusammen. Die Schule startet immer um 8 Uhr und geht dann bis 13 Uhr. Oder manchmal bleibst du noch länger und dann gibt es sogar Essen. Das ist ganz schön lecker. Am Nachmittag haben alle eine Lernzeit. Manche lernen ein Instrument und es gibt viele Projekte. So, und jetzt zeigen euch die Kinder mal, wo das alles gemacht wird. Wir haben ein Porsche-Haus, wir haben eine Regenbogenklasse, wir haben eine Turnhalle, wir haben ein Haus mit drei Eingängen und wir haben noch einen Klettergust, wir haben Stammen, wir haben eine Nestschaukel, eine Nestschaukel auf dem Waldplatz und vieles mehr. Was brauche ich alles? Man braucht für die Schule eine Federmaffe, man braucht eine Schultasche, man braucht eine Schere, Klebe, Linealanspitzer, man braucht Mappen, man braucht Sporttasche, Sporttasche, eine Maske, Haarschuhe und Essen und Trinken. Wo und wann ist Pause? Die Pause ist am Wasserlauf, am Klettergerüst, am Bolzplatz, am Asphaltplatz. Die erste Pause ist um 10.10 Uhr, die zweite Pause ist um 11.35 Uhr. Was ist anders als im Kindergarten? Man lehrt in der Schule und man hat Pausenzeit, man geht zum Mittagessen und die Tafel ist neu und man macht zu Hause Hausaufgaben und man braucht eine Maske. Wo ist meine Klasse? Ich gehe in die Regenbogenklasse und nach der Sommerferien gehe ich in die Neubau und du kommst in die Regenbogenklasse. Was macht man im Ganztag? Also, im Ganztag geht man zum Mittagessen, man macht Hausaufgaben, nach den Hausaufgaben gehen wir vielleicht noch ein bisschen raus, wir basteln oder malen etwas noch und nach dem Malen oder Basteln gehen wir dann noch mal raus. Wer sind deine Freunde? Also, meine Freunde sind Disney, Ian, Abner, Randy, Arian, Hafiz. Wir spielen Monsterspiele, Kartenspiele, Ticken, Verstecken. Wer ist mein Lehrer? In Deutsch heißt meine Lehrerin Frau Gosei und in Kunst heißt meine Lehrerin Frau Gosei und in Sachunterricht heißt meine Lehrerin Frau Gosei. Mein Lehrer heißt in Musik Herr Köhler und in Mathe heißt mein Lehrer Herr Beuchert und in Sport heißt meine Lehrerin Frau Gosei. Ich freue mich schon auf dich und worauf freust du dich jetzt schon? Musik 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 Musik